So, man möge mir jetzt mir entschuldigen. Ich bin ein wenig aus der Puste. Ich habe eben eine verlassene Stadt erkundet und die war nicht ohne. Hier befinden wir uns in einer, keine Ahnung ob ich das richtig ausspreche. Caravanaseirei liegt auf der Straße von Alanya nach Antalya und das muss wohl sowas gewesen sein, dass die früher ihre Kamele tanken konnten. Gut, ist nicht riesig, aber schön. Das ist nur ein kleiner Raum. Das ist mein Taxifahrer. Das ist, wer bist du? Sag jetzt nicht das Kamel. Das hast du ja schon selber gesagt, wer du bist. Da geht das Kamel. Das habe ich eben aufgeladen mit Wasser. So, hier sieht man direkt neben dem Hotel und im Sommer ist dort ein Bazar drin. Also man kann durchaus immer noch etwas käuflich erwerben.